Hey! Lenk mich! Wer trinkt, bezahlt auch! Ich sagte... Sie warten bestimmt auf jemanden. Für einen Drink ist noch Zeit. Schena, aber nennen Sie mich Reyes. Ich hasse Decknamen. Ich dachte, Sie wären... ein Garanischer. Der Widerstand bezahlt mich für Information. Und andere Dinge. Sie sind ein Schmuggler. Wayne Tareff wurde von Sloane Kelly, der Anführerin der Verbanden, verhaftet. Jeder weiß, was er Morschei Sefer angetan hat. Das Volk fordert seine Hinrichtung. Und Sloane ist eine Frau des Volkes. Egal, wie Sie es nennen, sie ist eine Kriminelle. Sie arbeiten für die Initiative. Sloane war Teil des Aufstandes auf der Nexus. Sie wird Ihnen Vane nicht einfach überlassen. Ich nehme ihn mit, ob es ihr gefällt oder nicht. Ich muss sagen, Sie gefallen mir. Es gibt vielleicht noch einen anderen Weg. Bearbeiten Sie Sloane. Ich rede mit dem Widerstand. Wie erreiche ich Sie, falls etwas schiefläuft? Hey, die Rechnung.